Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Fallend Anders. Ratet mal, um welche Marke es sich in dieser Folge handelt. Richtig, um Ford. Ihr könnt aber in dieser Folge entscheiden, mit welchem Ford-Modell wir in der nächsten Woche ausreiten werden. Also, seid gespannt. Kandidat Nummer 1, der Ford F-150 Raptor, SVT, aus dem Jahre 2013. Der hat noch einen schönen großen Motor drin, also ein spannendes Fahrzeug. Kandidat Nummer 2, der Ford F-150 Lariat, aus dem Jahre 2017. Auch ein schönes Auto. Kandidat Nummer 3, der Ford F-150 XLT, aus dem Jahre 2018. Kandidat Nummer 4, der Ford F-150 Raptor. Diesmal ein neues Modell, also das Supercap aus dem Jahr 2020. Der letzte Kandidat ist Kandidat Nummer 5, der Ford F-150 Platinum, aus dem Jahre 2019. Kandidat Nummer Ex. Kandidat Nummer 5, der Ford F-150, aus dem Jahre 2019. So, das waren jetzt unsere fünf Kandidaten. Jetzt seid ihr dran, entscheidet, welcher Ford euch am meisten interessiert. Dann fahren wir mit dem mal ins Gelände und stellen alle wichtigen Fragen unserem Hampi. Ja. Tschüss. Tschüss.